Hey, wir sind alle drei. Ich möchte euch mal erzählen, was ich gesagt habe in der Gruppe. Vielleicht noch ein paar Videos, dort gestern und ich gestern war ein schwerer Tag für mich. Ich möchte euch mal erzählen, worum es war ein schwerer Tag für mich. Menschen, die mich anrufen und sagten, hey, so eine schöne Arche ausgehauen. Ich sagte, ich bin befrieden und alles nicht so alt ausgehauen. Und dort hat Junge gelohnt sein. Und von wem bräuchte ich auch ungeräubt. Da hätte Ola nicht geklagt, was wir von uns selbst gedacht hätten, was die Ola vertreten würden. Was sie gesagt haben, du wärst so viel Freude, wenn du da warst. Vom Horten. Und was sie auch verlangt haben, und er hat dich da getan. Und was ich da kann sagen, du könnt Ola nicht gleich dort sein. Dort sind sonst. Dort ist eine Anstellung am Verstand. Und du kannst dich bei einem haben. Wir können Ola haben, dort ist Ola zu haben. Und ein positiv, sehr positiv, äh, denken. Die weißen, dass Ola, was ich sagen soll. Dort kann ich nicht sagen, was ich gedacht habe, was ich wollte. Dort bilden, was ich will. Die Ola ist da ganz viel anders für mich. Wenn ich dich genug begeistert habe, dann nimmt einer, was immer an die Ola ist, und sagt, danke schön. Für das bedanke ich mich. Aber das war auch das beste Menge in meinem Leben, was du mir gegeben hast. Du hast nicht gesagt, was du mir gegeben hast. Nicht das zu denken. Das wollte ich nicht. In den Seiten, in den Rohren. Ich habe nur das, nur dort gebeten, nur habe ich das gekriegt. Nein. Gleich dort nehmen. Und das ist das beste Menge in der Welt, was wir kennen von dort. Das ist das, was ich hier tun mit dem. Und ich kann Ola die Freude sein und dort. Ich habe auch alle gehört, was ich gesagt habe. Das tut mir nicht, was ich an mein Verstand gedacht habe. Aber wissen Sie, was? Ich war gerade noch gut, was Jesus für mich hat. Mehr Teufel läuft in Frieden in mein Hort. Ich bin dankbar. Sehr dankbar, dass Jesus hat mein Amt und mein Wagen. Sehr dankbar für ihn. Nachdem ich ruhig sei viel. Bis zum nächsten Mal. will ich uns gesehen, wenn er das nicht gesehen hat. Ich werde mit dem sind, in den Dorf und den Land noch befrieden. Ich kann doch krank dort plus mit dem nur noch. Ich kann distance, ich kann überhaupt denken, wenn er mir ruhig is. Denn am Anfang völlig positiv ist. Gibt es nicht, wenn du das nicht fähig bist. Es muss dann nur ein Vergnützlos sein. Okay. ihr habt ihr über eine Pfanne zu tun. Ihr habt ihr über eine Pfanne zu tun. Nachdem ihr euch schlachtet habt, dann habt ihr euch das Glöschchen rumdrehen und noch einen Salzkirchen zu trinken, der wird nach unten. Und dann für die Beden, und das ist dort, den war ich wieder geschaffen. Gehen euch heute noch krass aufhören, oder bitte euch, was ihr könnt an uns sein. Das Ding ist, wenn wir dankbar sind und positiv denken, was ihr uns geben würdet. Wie können Beden nur geäußern, wie können präune Dinge von ihm. Heute wird uns die Beden nicht so beantwortet, als wir aufhören. Heute wird er beantwortet, dass es heute sein kann, dass uns dort fehlen wird. Was wie der Pastor geworden ist hier in der Welt. Dort ist dort neut ihr. So, dort wie ein Ding, worum ich es gesagt habe, werden die Leute mir gerade vertrauen. Weil ihr euch heute ein Verschwörerbier und dann braucht ihr euch heute so etwas wie eine Karte nicht so stört. Ähm, und dort kommt jetzt euch positiv denken. Und ich dort nicht allein, weil ihr wollt, wenn einer ist so genug da, und sein Partner fang kurz abgesehen. So ihr positiv zu denken, und positiv zu einem reden, und positiv an einem Mann zu kicken. Und dort so grünlich viel wird. So grünlich viel wird. Das nächste Ding ist das. Wo dann ich noch so ein Ruhl und das ist das. Ich vertalte uns so sehr deutlich, so sehr viel. Von der Gesundheit und so wieder. Was sie von ihnen sagen, ich habe viel vertalte uns. Äh, und die wollten nicht, wo die Welt ist. So sehr, so sehr viel. Ähm, grünlich viel hat mit euch das Ding gesehen. Und ich habe gerade da richtig getroffen. Mit so einer von Nervenkrankheiten, so wie das dort. Und dort, dort sind keine Hilfe stehen. Wir werden in Schauf, wo mit Unreden leuten. Und sie sehen, sie fallen sich verloren in dieser Welt. Nicht dort, da sind keine Können enthalten. Wir werden in Schauf, wo mit Unreden leuten. Und so. Wo ich mir das will sagen, Geh alle glücklich meine Videos. Die sind so sehr drüß. Ich sage so glücklich, die reden und so wieder. Wo ich denke, es. Dort. Wo ich denke, es. Äh. Dort. Äh. Die Welt dreht so sehr schwor wieder. So sehr, sehr schwor. Und ich bringe nicht all dort drüß, in die Menschen fallen sich geläuft. Die fallen sich nicht hier endlich mehr. Ich glaube ja. In Narven trübbel das. Ein von euch. So wenn die gläufe meine Videos, die hören sich höchst, da würde ich mal sagen, hier und in so ein, wo die Welt auf ihrem Sraun dät. In der kleine Paske, wo Gott da ich mich schoffen dät. Weil ich die Menschen halten. So soll das ich können. Ich glaube, woher ich bin da wäre sein. Aber in der Paske, wo ich können, weil ich Menschen halten. So wie in die beiden Dinge. Mit Narven. Und Narvenleden, wo ich hör. Und viel von Gerät. Da würde ich mich unruhen, in einem grünlichen Fehl, wegen einem befriedeten Leben. Weil sie können uns sagen, was scheinen uns das Ding. Und das so ein Verlangen, er hat gehören, das auch zu haben. Das ist ein Geschenk, was die alle kennen haben. Alle. Das sind alle. das sind alle. Das ist auch so. Das ist wie mehr. Mit einem Partner. Nicht immer so denken, dann lasst du dich auch und so. Von der muss ich auch aufwarten. Das ist negativ, negativ, negativ. Das macht das nicht. So denken, von der habe ich nie in der Haufung. Nur woher wir anfangen. Dann drei Dinge. Worum befriedigt wird wird man dort in dem ersten Platz? Worum stehen die Ferien in der Kürz? Mit dem Leute, wiederher werden. Die eigentlichen Körper sind alle geworden. was immer haben. Aber mit den Leuten wiederdrehen, nicht mit einem vergangenen Kloß, wenn man jeden Tag mehr Fehler sieht. Mit den Leuten, die die Fehlenden geholt haben, in der ersten Plotstunde, haben wir dort wiederdrehen. Und dort schafft. Und in einer kleinen Baske gingen wir, dann wird immer mehr geschlachtet über den Stich und immer mehr in den gingen. Dort wird dort gingen, dort gingen, dort gingen. Und scheinbar und scheinbar wird dort gingen im Leben. Sondern wir haben dort zwei Dinge, worum ich, zwei, die an meinem Kopf heraufhängen, dort hingen. Und ob er, äh, ein paar mal dort wieder schafft, und wir haben direkt diese Videos gemerkt, und haben den Ola gebraucht, dass die Ola auch kennen, die Leute erfuhren und so wieder. Und ich hoffe, ich habe ein richtiges Beispiel für den Ola. Nummer eins, die können das sein, und ich habe ihnen dort gesagt. Ich habe vor uns, zu beten, Jesus, geh auf mir. Ringe uns, was andere. Nummer zwei, ich möchte positiv haben. Und ich habe noch gesagt, Jesus möchte alle der in Tauern sehen, hier bleibst du noch. Und ich möchte positiv haben. Und du hättest so ein Schein. Von 15 Uhr ging es schein. Ich habe gesagt, du wirst gar nicht beten, das hast du noch getan. Du wirst dort nehmen und du wirst mal dich. Und dann kriegst du uns dort drei. Von Corny, kriegst du nicht. Wir wollen auch ein tolles Tauern haben. Wir dürfen alle drei auf dem Duhl sagen, okay, jetzt so und so, mit einem Etenmeer, und dann sind dort, ich bin in Mexika geboren, und wird abgeworfen, und da sind dort eben ein Haus in Bolivien, und das Eten ist irgendwie scheitlich. Wir tüchen dort ein drei, wir tüchen alles ein drei. Das ist schon wunderbar, wenn einer Welt. Nicht bolstetig. No, das ist das. Oder das ist extra nicht mehr das abgeworfen. Wodern weißt du nicht. No, haben drei auf dem Duhl zwischen. Und der Befriede riefen kann der Schein sein. Der Befriede riefen kann dort spanst das Jail hier ab Erden sein. Oder der Befriede riefen kann im Bietzke, so sagt ich habe doch mal gesagt, wenn der Befriede riefen kann, dort ist ein Bietzke vom Himmel rauf gekommen in der Familie. Wir können euch von Bäris von dort haben. Und wir können uns hören, wie wir dort waren, wo wir waren, wo wir waren. Und nach meiner Videos merken, sind es dort, ich habe auch viele Eure Obträger gesagt, die haben uns alle geholfen, diese Videos. Äh, in Erden Befriede Lebens. Und nach meiner Sünde merken, dass man dort besser gewesen hat, wo ich habe, weil ich ihnen geholfen habe. Ich bin nicht wunderschön, wo das Bäske, wo ich habe, weil sie nicht alle haben. Und da ist von den Handelflächen alle ütefiguriert, gerade bei ihr alle wollen, da wird schon jetzt. Bless your heart. Die Gründe sind die Dinge von den Ola haben. Die von Jund, wo ich nicht haben, und du sagst, eine Gründe ist die, wo ich nicht haben, wo ich nicht habe, wo ich nicht habe, wo ich nicht habe. Die Bäske, was ich habe, mit mir erfahren hat, was nicht läuft, mit ihnen alle. Ganz schön, Gott ist retten sie einem Bara, ab Bara hier.